Ja, jedenfalls, die sitzen, die zwei sitzen, da kann man die rausschmeißen. Läuft's mit bitte, die Trollen da hinten, die Mercy kann nicht, wir sind aktuell nur zu dritt, wenn überhaupt. Geht's um Roadhog, wenn ihr Heilung wollt, kommt sie zusammen. Oh, Fotze, trifft die mich eiskalt in der Luft. Naja, Pharah Mercy, wieso haben wir Trolle da hinten? Nein, sind aktuell, weiß ich nicht. Oh, okay, die sind dabei. Gehen wir nochmal rum. Die sind wieder dabei. Was? Die Fahrer darf's, kommt hier, kommt Deppenfreiheit, gell? Ja, das ist halt nicht so einfach, ne? Die ist dann von mir abgelenkt. Ich geh oben drüber. Ah, die ist fast tot. Ach, hier ist die Knubbel, Felix, wenn du da oben stehst, da rechts bei dem schmalen Gang durchschaust, gell? Das sind die ganzen Knubbel, danke. Komm gleich. Die Mercy rennt da frei um. Ich wollt's, ich wollt's finischen. Ich wollt's, ich wollt's finischen. Oh, shit. Die Stunde hat geschlagen. Ja, man muss sie, er treibt mich dort rein, schön. Wo ist sie? Oh, es bringt nichts. Ich hab 800%, ich hau ein Ulti raus und dann komm ich als Affe. Pharah hat die Ulti. Bitte einer die Pharah machen. Ja, ich komm nicht wirklich dazu. Probier's jetzt nochmal, wenn das jetzt nichts wird, dann... Dann sollst du es switchen. Geh, geh's frontieren nochmal. Ja, das ist doch lächerlich. Ich kann's nicht, weil... Nee, das bringt nichts, ich krieg's ja nicht, ich krieg's ja nicht. Unglaublich. Alter, wie ich da nicht durchpasse. Jeder andere wird durchgehen. Ich weiß auch nicht... Das gibt's doch nicht, ey. Ich... schießt der McCree eigentlich mit drauf? Leute, sind wir alles ab. Keine Ahnung. Glaub ich nicht. Ey, das Ding muss in Bewegung bleiben. Ich kite da drei Leute von hinten und schier's die Orbs weg. Die haben einen Teleporter da. Lass uns das Ding zerstören. Feuer frei! Hallo, bitte. Teleport euch beim Madpack hinten hin. Bei welchem Madpack? Rechts da drinnen, oder was? Bei einem 25er, wenn man durch das Ding durchkommt. Oh, ist der verdammte Fehler. Durch den Joke, rechts drinnen in dem Raum. Du hast einen Madpack und dann gibt's einen... Da oben, sag... Alter, dann bitte sag's, dass der da oben ist. Mir sind drei oder vier Leute noch gelaufen nach hinten. Ich hab mich einfach einmal kurzfristig geopfert. Hinter euch ist oben. Faradrood. Ja, schön. Ness, wir sind tot. Was? Ich fahr einfach einmal zum Punkt, wenn sie dich auch nicht heilt. Ich fahr mir halt um ihn. Haha, du musst ran, Kollege. Hinter euch ist ein Roadhog. Zwischen uns und den... Danke. Mein Ultimate lädt dich nach oben. Ich geh zum Fahrzeug, es ist keiner dort. Ich bin dort, ich bin dort. Bleib du fahren, bleib du fahren. Ja, genau. Oh, sie ist tot. Das ist der Tennis-Compon, wobei alles gut ist. Da ist irgendwas aufgestellt worden, hinter uns oder so. Ich hab's gehört. Schauen, wo sie herkommt. Der ultimative Fähigkeit ist bereit. Irgendwas ist über uns. Ich geh hoch. McCree ist, glaub ich, über uns. Aber ich geh außen hoch. Ich lass euch kurz am Fahrzeug allein. Ja, die sind über uns. Hab's da. Sehr schön. Da sind schon die ersten Orbs. Die nutzen, die nutzen. Ich behau den Teleporter, Gott weg. Aber ich kann ihn nicht weghauen. Ganz. Und nachladen. Wo bist du? Oben oder was? Oben drinnen, alles gut. Teleport ist weg. Puh. Alter, geht nicht. Da kann ich nicht mehr rauskommen. Schöner McCree. McCree ist hinten bei uns drin. Er macht nichts. Ich komm mit dem Aufmerz da. Ich steh jetzt hin. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich könnte alle finischen. Im Alleingang. Aber der Roadhog ist weg. Du bist aber schon sehr eingebildet, Felix. Sehr eingebildet. Aber mit dem Roadhog kann ich sie einzeln alle machen. Das ist alles One-Shot. Der ist ganz low. Der ist ganz low. Komm, ich lebe noch kurz. Ich bin da. Mercy Down, geil. Farah ist fast tot. Die ist links oben. Ich geh hoch. Die will sicher oben. Nein, ich geh nicht hoch. Ich spring die Mauer und fall wieder runter. McCree ist links im Tresorraum. Alles gut. Aktuell sind wir wieder stabiler. McCree ist oben. Schafft wieder Einsatzbereit. Gebt mir Deckung. Bitte, bitte. Ich stehe mit 71 Kilometer. Bitte. Mach die doch, Mann. Die hatte doch nichts mehr. Wer war denn das gerade? Der Zenyatta. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche Heilung. Schärf dich im Dienst. Ich habe nur versucht, unseren Zenyatta zu retten. Er hat gar nichts geschossen. Er hat keinen Schuss getroffen. Aha. Er hat euch ein Visier. Ja. Die Fracht muss bewegt werden. Oh, scheiße. Der steht da. Oh, lol. Oh, lol. F*** dich, mei. Wenn die alte Schlampe erhoben. Ah. Danke sehr. Der Gegner setzt seine Schiebgeleitung rein. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Was? Wir können uns immer noch weiter fahren. Wow. ja ich hab mir noch mal gehockt, aber kennst du ja einigermaßen, ja heilt sie hinter der Tür ich weiß oh mein Kree ich heil jetzt Alter wie oft krieg ich jetzt, jetzt ist es ein Shit Ready, ach ist das lächerlich ey oh pushen ja der Gegner setzt einen Shit Generator rein Felix, weiter von uns, warten wir zusammen, warten wir zusammen setzte glaube ich oh heila kannst du da oben dir runtersnipern? na, ich geh oben, ich geh oben, ich geh oben da ist gesperrt ok ich geh zurück Achtung ich geh hoch kurz geh es von hinten an nicht mehr den Weg da durch, wo sie aufbauen hinter euch ein Roadhog Mann Sumetra oh nice ok oh fuck you boah, ich bin gefroren alles gut komm ich mit Tracer noch an? ich hab ein spannendes Game, Shanks mitscht da die lab kommst du glaube ich auch nicht ran das ist doch nicht spannend, Alter, schau dir mal an mit was sie spielen ich bin jetzt als Reinhard drauf, aber ich werd nicht ankommen, kommst du dann irgendwie ran, nage okay die Stunde hat geschlagen ja kann blink, kann blink weil ich eine große Fläche hatte weil Fuhin am Anfang das kannst du vergessen das kannst du vergessen boah schön Acker schön ha ha und was links war schön links klicken und unten in die Richtung schauen was ha 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 jetzt haben unsere resigniert ja ja so Odler, das war's dann wieder für heute ich sag wie immer vielen vielen Dank fürs zuschauen wenn dir das Video gefallen hat dann lass mir doch einen Kommentar da einen Daumen nach oben und wenn du es nicht schon längst hast ein Abonnement natürlich würde ich mich auch freuen wenn wir uns im nächsten Video oder am Stream wiedersehen in diesem Sinne tschüss